Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Part 35 unserer 100 Baby Challenge mit unserer lieben Familie Kuna. Im letzten Part ist unsere Jamila schwanger geworden und soll ich euch was sagen? Die ist schon wieder hier bei ihren Kindern. Ich habe da gerade mal draufgeklickt. Ich hole die jetzt wieder heim. Ihr seht sie, sie ist total traurig. Jamila, was ist mit dir los? Geh mal wieder heim zu deinen Kindern. Unsere schwangere Maus, sie ist im zweiten Trimester in 20 Minuten. Wir haben Donnerstag 21.52 Uhr. Wie gesagt, wir hatten den Bruno ausziehen lassen. So, jetzt gehen wir aber wieder zurück. Gehen wir zur Carla. Carla steht hier. Ja, was haben wir noch gemacht? Bevor ich ins Spiel gestartet bin, haben wir noch oder habe ich noch die Fabienne zur Gruppe hinzugefügt. Die hatte ich nämlich im letzten Part vergessen. Die ist jetzt auch mit drin. Und dann habe ich ja gesagt, ich möchte das Haus noch ein bisschen verschönern. Und dann sehen wir gleich, wenn wir hier reinkommen, den Flur. Da habe ich jetzt eine Tapete angebracht. Tapete und Fliesen. Boden, Steinboden ist das. Lampen reingesetzt. Und ihr seht auch hier schon, im Flur habe ich Lampen angebracht und Tapete. Was habe ich noch gemacht? Ich habe das Zimmer von einem, da klappe ich jetzt mal ein Stück runter, weil da habe ich keine Tapete noch nicht dran. Das Zimmer von einem Teenager noch fertig gestaltet, noch eingeräumt. Ein weiteres Badezimmer. Das seht ihr hier. Das ist praktisch gleich wie hier auf der anderen Seite. Nur mit anderen Farben. Die habe ich verändert. Das ist alles hier ein bisschen im Bläulichen gehalten. Und hier habe ich das in diesem Orange. Ja, also das haben wir noch gegen gleich vollständig eingerichtet. Dann habe ich im Wohnzimmer so einen Serviertisch noch hingestellt, damit unsere Kleinkinder, unsere Toddler dann auch entsprechend schnell mal was zu essen bekommen können, auch wenn die Jamila mal nicht kochen kann. Und dann habe ich dieses Zimmer hier ausgeräumt und habe die Toddler alle in ein Zimmer gepackt. Da haben wir nämlich hier noch für die Kinder mehr Platz, beziehungsweise für ein Jugendzimmer noch, für ein Teenager-Zimmer. Und deswegen habe ich jetzt hier die Betten reingestellt. Jetzt muss ich bloß schauen. Ich bin mir nicht sicher, ob das hier klappt, dass die auch da rein können. Sollte das funktionieren, lassen wir das so. Ich mache mal hoch die Wände. Die sind nämlich auch tapeziert jetzt. Da habe ich hier diesen Jungs-Bereich in so einer blauen Tapete und den Mädchen-Bereich. Upsala, hier hat sich was verirrt. Mache ich gleich noch weg. Den Mädchen-Bereich auf der anderen Seite. Da haben wir auch Gardinen drin für drei Mädchen und drei Jungs. Naja, kann auch sein, dass es andersrum ist. Werden wir sehen. Auf jeden Fall haben wir die da. Dann ändere ich jetzt mal schnell noch die Tapete. Ist jetzt geändert. So, ja. Was sonst? Habe ich nichts mehr gemacht. Und ihr seht, unser Geld ist schon wieder alle 2203. Simoleons haben wir noch. Ich hole jetzt mal unsere Jamella. Die kommt nicht heim, aber die muss ich jetzt mal hierher holen. Wie geht es denn der? Was könnte die denn mal machen? Oh, der geht es eigentlich wunderbar. Aber dann könntest du eigentlich dein Buch weiterschreiben. Das wäre doch mal eine Idee. Da hole ich die hierher und du schreibst dein Buch weiter. Schreiben, weiterschreiben. Jawohl. Damit wir hier noch ein bisschen vorwärts kommen. Gut. Und dann liegen hier ein Haufen Hausaufgaben. Da müssen wir uns jetzt als nächstes drum kümmern. Carla. Wie sieht es bei dir aus? Carla muss auf jeden Fall Hausaufgaben machen. Mach mal Hausaufgaben. Die liegen alle hier draußen rum. Ich gehe gleich mal ins Spiel, damit die auch loslegen können. Dirk. Dirk hat auch keine Hausaufgaben. Dann mach du mal bitte die Hausaufgaben. Daria hat auch nichts im Inventar. Mach mal die Hausaufgaben. Dominik auch nicht. Dann mach mal bitte die Hausaufgaben. Bruno. Äh, Quatsch. Ivan hat auch keine Hausaufgaben hier. Liegen die eventuell irgendwo von dir, Bruno? Ich mache mal nochmal die Wände runter, damit wir das alles besser sehen können. Nein. Hier haben sie nur Essen hingestellt. Genau. Das nehme ich mal am besten mit rüber. Stell das mal hier auf die Theke. So. Mach dir denn jetzt Hausaufgaben. Dirk. Er hat die fertig. Der Dirk hat sie fertig und hat auch welche wieder drin. Die Daria hat auch die Hausaufgaben fertig. So, Ivan, auf deinen Hausaufgaben. Das sind dann wahrscheinlich die. Die packe ich dir mal hier hin. Ivan, dann kannst du mal die Hausaufgaben machen. Da hast du auch wieder welche. Und Fabienne, die hat auch keine. Die muss die hier machen. Hausaufgaben machen. So. Also das macht er jetzt auf jeden Fall. Unsere Jamila ist auch wieder da. Gott sei Dank. Halt, stopp. Dirk. Ne, Dirk hat seine Hausaufgaben jetzt drin und hat sie auch abgeschlossen. Wie sieht denn das jetzt bei dir aus? Du bist noch dabei. Daria, wie sieht es bei dir aus? Die hat ihre Hausaufgaben gemacht. Dominik. Dominik ist abgehauen. Mach bitte deine Hausaufgaben. Und du? Wieso kannst du keine Hausaufgaben machen? So, jetzt. Nimmst du bitte deine Hausaufgaben mit? Sind denn die jetzt fertig? Ja. Also, das sind Carlas gewesen. Wieso hat die jetzt keine Fähigkeiten mehr? Oh, die Fähigkeiten müssen wir noch aufbauen, sonst kann die nicht zur Einzelschülerin werden. Okay, hier liegen immer noch Hausaufgaben rum. Die sind jetzt abgeschlossen. Fabienne macht gerade noch Hausaufgaben. Die hat sie auch abgeschlossen. Nimmst du die mit? Jawohl, schön einpacken. Super. Dann hat die ihre Hausaufgaben. Ivan hat seine Hausaufgaben gemacht. Dominik. Dominik, du machst keine Hausaufgaben. Du fühlst dich zu unwohl. Das gibt es doch nicht. Das ist ein Schlawiner. So, hat er jetzt aber die Hausaufgaben im Inventar wenigsten? Jawohl. Er auch. Sie auch. Gut. Dann sollten jetzt aber auch alle irgendwie ins Bett gehen. Jamela, was ist mit dir? Ja, geh du bitte auch mal ins Bett. Ansonsten haben wir ein Problem. Da bist du morgen nicht ausgeschlafen. Ivan, du bist auch noch der Einzige, der noch hier rumturnt. Geh du auch mal in dein Bett. Und es regnet schon wieder. So, und wenn die dann alle im Bett sind und wieder ausgeschlafen haben, da hole ich euch dann zurück. Die erste, die aufgewacht ist, es ist jetzt Freitag, 4 Uhr 58 ist unsere Jamela und die ist total traurig und heult sich jetzt im Bett aus. Mal schauen, wie lange das noch dauert. Zwei Stunden. Okay, das können wir aushalten. Es regnet wieder und als erstes müssen wir mal schauen. Ich habe nämlich irgendwas gesehen, das angezeigt wurde, dass die Jamela Geburtstag hat tatsächlich. Aber jetzt verstehe ich was nicht, weil eigentlich können die doch gar keinen Geburtstag haben, wenn die schwanger sind. Gut, ich werde trotzdem mal vorsichtshalber eine Geburtstagstorte backen. Unser nächster Geburtstag ist dann am Mittwoch die Carla, aber die werden wir vorher älter werden lassen. Jetzt gucken wir mal bei der Carla. Die Carla hat Hunger und die hat aber leider, doch, die hat alle Aufgaben erledigt. Sie muss aber ihre Hausaufgaben noch machen, dann kann die sogar heute noch altern. Carla, dann steh du doch mal bitte auf, auch wenn du noch nicht vollständig fertig bist. Genau, steh mal auf. Und sei mal bitte so gut, mach mal deine Hausaufgaben schnell. Das sind nur noch 25 Prozent, dass wir die fertig haben. Und dann darfst du auch was essen. Das ist natürlich schlecht, oder? Nö. Dann kannst du dir hier ein Gericht nehmen. Ich stelle das mal dann... Ne, das müssen wir erst mal draußen lassen. Genau. Ja, Jamela, du lässt mal bitte deine Tochter in Ruhe und öffnest mal das Samenpaket. Die Grundschulhausaufgaben können wir, glaube ich, verkaufen. Die haben, wir haben ja die ganzen Hausaufgaben verteilt. Okay, was haben wir gekriegt? Grüne Erbsen. Können wir dann vielleicht noch mit einsammeln. Und dann könntest du dich vielleicht mal hier um unseren Garten kümmern. Oh, kannst du nicht? Was ist hier los? Ach, die fühlt sich zu unwohl. Hast du jetzt deine Hausaufgaben fertig gemacht? Ja, sie hat die Hausaufgaben fertig gemacht und hat Level 3 der Fähigkeiten, sodass wir praktisch die dann älter werden lassen können, wenn sie aus der Schule kommt. Hoffe ich jedenfalls. Werden wir mal sehen. Putzt. Die hat einen Putz für mich, oder? Was können wir denn machen, damit dir eine unfreundliche Umgebung... Wir tun das mal rein. Wo ist es denn unfreundlich? Ja, Mella, schick das mal ins Georat. Morgenübelkeit, schmutzige Umgebung. Sag mal, das kann doch gar nicht sein. Ah, jetzt ist sie konzentriert. Gut, also dann kann sie sich nämlich dann auch um den Garten kümmern. Jawohl, alles verkaufen. Und die Kinder müssen alle in die Schule. In einer Stunde aber erst. Wie geht's dir? Dir geht's eigentlich gut. Genau, dann schau von mir aus Actionkanal. Du brauchst ja Spaß und sozial. Das ist okay. Dirk ist auch wach geworden. Dirk, wie geht's dir? Du gehst auf Toilette. Das ist auch nicht schlecht. Jawohl. Und essen möchtest du auch. Dann schau doch mal, dass du dir noch Reste nimmst. Der ist total angespannt. Braucht Vergnügen. Ja, da könnte er sich doch dann eigentlich mit hier hinsetzen. Mal gucken, ob er das macht. Da kann er nebenbei Fernsehen schauen. Oh je, unser Staubsauger ist kaputt. Deswegen ist es hier. Da musst du mal den Müll lehren. Jamila. So, und die Kinder verschwinden schon in die Schule. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ist hier noch jemand da? Ja. Dirk ist noch da. Dirk, du wirst wohl oder übel auch gehen müssen. Den interessiert es überhaupt nicht. Zur Schule gehen. Das ist jetzt das erste Mal, dass ich den anklicken musste. Neh, mit der Jamila kannst du jetzt nicht plaudern. Mach das mal nicht. Hör mal auch auf. Genau, geh in die Schule. Gegessen hat er jetzt. Oh, der wird auch ein zur Oberschule. Ne, dem fehlt noch eine Fähigkeit. Gut, aber das ist auch in Ordnung so. Das ist nicht so schlimm. Jawohl, gegessen hat er. Jamila räumt gleich auf. Okay, Dirk ist auch zur Schule gegangen. Dann Carla, lerne doch mal fleißig. Und du, Jamila, du könntest mal, wenn du aufgeräumt hast, dein Buch fertig schreiben. Halt, schreiben. Hat sie das fertig geschrieben? Müssen wir jetzt mal ins Inventar gucken. Tatsächlich, die hat das Buch fertig geschrieben, genau. Oh, Jamila, dann kommen wir hier. An den Literaturzirkel können wir nur einmal pro Woche. Dann tun wir das an den Verlag verkaufen. Okay, super. Wenn du dann gleich hier bist, kannst du mal nach Einrichtung wühlen. Vielleicht kriegen wir da wieder was. Was wir dann verkaufen können, damit wir unser Geld wieder aufstocken können. Denn wir haben ja schon einiges ausgegeben. Und denk, die Rechnungen werden nicht mehr lange auf sich warten lassen. Und dann könnten wir mal unseren Garten in Ordnung bringen, beziehungsweise hier unsere Kinder aufhängen. Also die Bilder unserer Kinder. Und, was hast du gefunden? Gucke nochmal, Einrichtung wühlen. Zeutu-Geschichte. Geburtstagseinladung. Alle reden über ein... Lass es durchgehen. Tant Jemen. 231, 200... Ja, das... Jetzt wird das schon besser. Wer ruft an? Niemand, okay. So, und Jamila, findest du noch was? Ja, sie hat noch einen Tisch gefunden. Allerdings ist es wieder fraglich, ob der so in Ordnung ist. Gut, dann gucken wir mal noch in unseren Garten, dass du den mal noch in Ordnung bringst. Hier musst du nämlich jeden, alle jeden, verkauft hast du alles. Oh, jetzt fühlt sie sich schon wieder unwohl. Was ist denn das? Mülltaugerin. Ach ja, Jamila. Jetzt ist gerade das Wetter so schön, Mensch. Dann räum das mal bitte auf. Vielleicht geht es dir dann besser. Mensch, hier blitzt und funkelt alles. Was ist denn eigentlich mit unserem... Den Reparaturservice brauchen wir. Wir haben gehört, dass du ein ziemliches Superhörn bist. Jobangebot? Nein, wir können leider nicht. So, jetzt machen wir praktisch noch den Staubsauger. Lassen wir noch reparieren. Der war kaputt, deswegen ist hier auch die Umgebung nicht so gut. Und vielleicht geht es ihr dann besser, oder? Was ist denn das? Ach, das ist der Lampe. So, sie ruft jetzt den Reparaturservice an. Was möchtest du? Ah, jetzt ist sie glücklich. Plaudern? Mit wem möchtest du plaudern? Wer ist denn da da? Ah, da steht jemand. Patrick. Ja, von mir aus dann freundlich vorstellen. Kannst du mit dem plaudern? Gut, aber jetzt kümmern wir uns mal um unseren Garten. Aber sie muss eigentlich gar nichts machen, ne? Das ist alles okay. Gut, was haben wir denn hier so? Stechpalme. Karotten. Paprika. Petersilie. Rosen. Ne, hier war es. Da fühlt sie, jetzt fühlt sie sich wieder zu unwullig. Wäre noch wahnsinnig. Jetzt. Alle gießen. Alle jäten. Ei, ei, ei. So, und während sie das macht, werde ich mal hier gucken, was wir gleich haben und werde das dann in den Kühlschrank reinpacken und das andere sie noch einpflanzen lassen. Das wird jetzt bestimmt eine Weile dauern, aber das werde ich dann rausschneiden, damit ich mal hier ein bisschen den Garten auf Vordermann bekomme. Oh, Shane ruft an. Ich habe gehört, dass du Bernhard Spartan seid. Jetzt gute Freude. Okay. Gut, freut mich. Gut, hast du jetzt alles gemacht? Okay, dann iss, wenn du essen möchtest. Prima, der hat alles operiert. Der hat alles repariert. Okay. Tschüssi. Gut, dann machen wir jetzt mal Folgendes. Bevor ich den Garten mache, hänge ich unsere Geburtsurkunden auf. So, die Geburtsurkunden sind alle aufgehängt. Sieben Stück haben wir. Ich glaube, das stimmt aber nicht ganz. Eine fehlt uns. Und ich mache da aber noch ein paar Lampen drüber. So, also jetzt haben wir hier unsere Wand mit unseren Geburtsurkunden von den Kindern. Und jetzt kümmere ich mich noch um den Garten und melde mich dann wieder. So, ich habe jetzt das Inventar von der Jamila ein bisschen leer gemacht. Ich habe alle Früchte, Kräuter und so weiter in den Kühlschrank getan und habe noch den Rest verkauft. Und jetzt soll sie hier die Pflanzen noch einpflanzen. Eine Taro haben wir, eine Glockenblume haben wir und was war das? Chrysantheme. Und wenn wir da was brauchen, können wir es ja dann einfach abernten und müssen es nicht verkaufen. Dann, sie hat die Fähigkeit, Schreibfähigkeit, Kochfähigkeit hat sie schon. Das haben wir dann noch. Gartenarbeit kommt noch. Das macht sie ja sowieso. Wir müssen jetzt mal unbedingt schauen, wie wir unsere Kinder hinbekommen. Das müssen wir jetzt mal mit in Angriff nehmen. Daria hat die Unterrichtswoche beendet. Sie hat sich gut geschlagen, könnte aber trotzdem noch eine Schippe drauflegen. Dieses Wochenende wäre gut dafür geeignet. Ja, da kommen unsere Kinder heim, alle Mann. Gute Noten und Carla ist Einzelschülerin. Das heißt, Carla kann heute mit Geburtstag feiern. Allerdings, Jamila, du futterst hier den Kuchen, das finde ich nicht so. Felix, wie wäre es mit einer Verabredung? Nein, Felix, wir haben keine Zeit. Äh, Carla, du könntest... Äh, jetzt ist die Pfütze weg. Da war doch gerade eine Pfütze. Du siehst in Ordnung aus, naja. Gut, also, äh, Jamila, du müsstest jetzt eine Torte machen. Und zwar wie in der Familie Tradition, bitte eine Schokotorte. Die Kinder können sich so ein bisschen betonen. Es ist ja heute Freitag. Das heißt, wir werden jetzt dann noch... Sobald die, äh, Jamila, mach mal bitte deine Schokotorte fertig. Warum machst du das nicht? Du musst leider deinen Kuchen selber backen. Ich guck nochmal schnell. Ah, das ist jetzt weg. Sie hat jetzt nicht mehr Geburtstag. Sie hat jetzt morgen Geburtstag. Okay, also, Jamila hat nicht mehr Geburtstag. Nee, das ist merkwürdig. Wahrscheinlich doch, weil sie schwanger ist. Also gut, dann kann die Carla trotzdem Geburtstag haben. Muss Geburtstag haben. Oh je, wer, wieso schlägt der den? Was ist mit dir los? Kannst du den mal maßregeln? Erziehung. Aktuelles Verhalten maßregeln. Ruhig. Kein Stofftier schlagen. Dirk, das finde ich nicht in Ordnung von dir. Und du tust hier gleich mal reparieren. Zur Strafe. So, Jamila, kannst du deine Torte fertig backen, schnell? Ja, gut, da hat er wenigstens die Geschicklichkeit erreicht. Okay, also, Erziehung kann man dann sowas wahrscheinlich noch machen. Muss ich mal probieren, ob das funktioniert. Aber schnell Geburtstagskerzen hinzufügen. Carla, du brauchst jetzt nichts zu nehmen, sondern du machst mal bitte eine Gruppenversammlung. Gruppenversammlung starten. Es gehen mal bitte alle hier hin, dass mal alle da sind zum Geburtstag. Jamila, es wäre auch schön, wenn du mit hierher kommen könntest. Zusammen hier hingehen. Der hört wieder nur die Hälfte. Na toll. So, jetzt kommen einige. Ja, jawohl, jetzt sind sie zusammen. Und dann, Carla, Kerzen auspusten. Und? Jetzt musste ich direkt mal gucken, ob die Einzelschülerin ist. Aber ist sie noch. So, und was kriegt sie noch für ein Merkmal? Familienbewusst. Dann, herzlichen Glückwunsch, Carla. Und sie wurde jetzt aus der Gruppe rausgenommen. Geschenke haben wir natürlich viele bekommen. Carla, mach mal bitte hier Kerzen drauf. Kerzen hinzufügen. Oh, wieso weinst du? Was ist mit dir los? Kannst du dich dann mal bitte verabschieden, weil leider musst du heute gleich noch ausziehen. Jetzt fällt denen das ein, dass sie kommen und zum Geburtstag gratulieren, oder wie? Fangen wir mal mit der Kleinsten an. Kannst du sie mal in den Arm nehmen? Oh, die muss ich erst mal kennenlernen. Nee, hier liebevoll umarmen. Ja, auch den Dirk liebevoll umarmen. Tschüss, Dirk. Daria noch. Daria liebevoll umarmen. Ja, die reden da gleich noch ein bisschen. Oh, die nehmen sich gleich noch mal in den Arm. Schön. Oje, die ist krank. Die hat was. Oh. Tschüss, lass dir's gut gehen. Dominik, bleib mal da. Ja, dann tu mal auch den Dominik liebevoll umarmen. Und den Ivan noch. So, die zwei hat sie jetzt. Und die Daria, die kleine Maus auch. Ja, dann fehlt jetzt nur noch der Ivan. Und dann natürlich ihre Mama. Wo ist denn die überhaupt? Die ist schlafen. Naja, gut, die erwartet ja auch ein Baby. So, und kannst du Ivan auch noch Tschüss sagen? Tschüss, Ivan. Wir sehen uns bestimmt bald wieder. Ja, du hast mir den Tag für süß. Die haben gleich ein Gefühl erhalten. Schön. So, dann geh mal zu deiner Mama. Und weck die mal auf. Mama, ich muss dich leider wecken. Oh, nee, sie ist selber aufgewacht. Wo rennst du? Renn mal nicht so schnell. Jamila, stopp. So, jetzt. Jetzt hab ich sie erwischt. Jetzt. Tschüss, Mama. Wir sehen uns bald wieder. Okay, aber die stinkt und ist müde und so weiter. Ja, die werden wir jetzt schnell ausziehen lassen, damit sie sich um sich kümmern kann. Okay, jetzt merkt sie, dass sie stinkt. Und will ins Bett gehen. Nee, stopp. Du ziehst jetzt aus. Wie Jamila schaut. Gut, also, wir gehen in Welten verwalten und lassen jetzt noch die Kala ausziehen. So, ihr Kuna Kids. Ich hab das jetzt umbenannt nach den Kuna Kids, weil der Herr ist ja gestorben. Das heißt also, das Haus gehört jetzt der Amy, beziehungsweise demzufolge natürlich der Familie Kuna. Und es ist ja, wie gesagt, auch unser Wichtel geschenkt. Das heißt also, wir schieben jetzt unsere Kala zu den Kuna Kids mit rüber. Ist auch noch eine alte, das sind die Schwester, also das ist ein alter Haushalt von den Kunas. Da hab ich mal angefangen mit der, also, naja, ich hab nicht angefangen, sondern ich hab's tatsächlich fertig gespielt, die Rainbow Challenge. Die hab ich aber ohne aufzunehmen gespielt. Und da hat dann praktisch die Mama von der Jamila einen von dieser Rainbow-Familie, hat sie ein Kind bekommen und die Kinder von ihm sind dann dort mit eingezogen, als die so weit waren. Aber das nur am Rande, deswegen heißt dieser Haushalt hier Kuna Rainbow. Gut, aber hier wollen wir hin. Kala, husch. Und wir hatten ja gesagt, wir nehmen kein Geld mit. Der Bruno hat auch keins mitgenommen. Also dann, tschüss, liebe Carla. Ich geh natürlich erst mal noch zu ihr und ihr dann ein Zimmer geben. Das machen wir noch, ne? Gucken wir da mal gleich noch mit vorbei, ob da alles in der Ordnung ist. So, wen haben wir denn hier? Oh, Anissa Matsumoto. Mit der bist du zusammen? Also, auf jeden Fall ist er da total verliebt. Da muss ich direkt mal schauen. Tiefe Verbundenheit mit Bruno. Okay. Also, Bruno hat auch eine Dame gefunden. Das ist doch toll. Das ist ja mal eine schöne Nachricht. Aber die wohnt nicht hier. Nein. Gut, dann gucken wir mal, wo unsere Carla hin ist. Die sucht sich gleich ein Bett aus. Hat die eins gefunden? Ja, aber ich glaube, dort kannst du nicht schlafen. Das ist Brunos Zimmer. Die müssen wir mal schnell hier wieder rausschaffen. Genau, hier wohnt der Bruno. Geh in ein anderes Bett, bitte. Genau, stinken tust du auch. Komm, such dir mal ein Zimmer aus, ein schönes. Wir müssen wieder zurück. Ich klicke mal, dass sie schlafen gehen soll. Kannst du mal schlafen gehen? Und wenn es geht, aber irgendwo anders hin. Nicht in die Betten, die schon belegt sind. Warum gehst du nicht schlafen? Sie will irgendwie den Kleinen holen. Wo willst denn du hin? Ist der da draußen oder was? Was machst du? Die Kinder sind da draußen. Was macht ihr da draußen, ihr Mäuse? Geht rein. Der will da hoch. Ja, und nur? Gut. Also, dann suche ich jetzt ein Zimmer aus, wenn die sich nicht beeilt, weil sonst wird es hier zu spät. Soll sie gleich das Zimmer hier nehmen, oder? Probieren mal, ob sie es jetzt macht. Nein, die geht nicht. Geht einfach nicht schlafen. Weil sie nicht weiß, wohin wahrscheinlich. Das ist eher vielleicht für einen Jungen. Da unten ist die Amy. Gehen wir mal hoch. Ach komm, sie wollte in das Bett. Da soll sie doch in das hier gehen. Gleich daneben. Sind sie nicht so weit weg. Genau, so machen wir das. Gehst du jetzt schlafen? Kannst du jetzt schlafen gehen oder nicht? Gucken wir mal, ob es reinkommt, ob alles funktioniert. Aber es müsste eigentlich alles funktionieren. Da hat sie doch ein hübsches Zimmer. Genau. Da unten, was hat sie denn da? Frösche. Oh, schau dir mal, das sind Frösche. Cool. Ein blauer und ein oranger. Super. Ach, und da hat sie auch die Stickfähigkeit, also dass sie sticken kann. Ach ja, das passt doch zur Carla. Und gehst du jetzt in dein Bett? Oh je, der geht's total mies. So, okay. Also sie geht ins Bett. Dann, tschüss Carla. Sie weiß jetzt noch nicht so richtig, was sie machen soll, weil sie nicht weiß, was sie zuerst tun soll. Aber wir verschwinden jetzt. Sie soll genau gebaden. So, dann sind wir wieder hier zurück. Und wir sind nur noch eins, zwei, drei, vier, fünf, also sechs. Jetzt könnte die Yamila sogar Zwillinge kriegen. Bin ich mal gespannt. Also jetzt können wir erst mal nichts machen, weil sie hat ja ihre, also sie ist ja schwanger. Wir können jetzt nichts ändern. Werden wir mal sehen. Gucken wir mal, wie es den Kindern geht. Dirk, Dirk möchte kochen. Grillen möchte der. Dann macht das doch. Fackelt bitte nichts ab, wenn es geht. Und wir gucken uns mal die Kinder noch schnell an. Also die Drillinge, das sind ja die Nächsten, die gehen könnten, wie das hier so aussieht. Also der Brauch ist zweier Oberschüler, braucht noch eine Fähigkeit. Wir haben Wochenende, das kann er erlernen. Die Daria muss noch Hausaufgaben machen. Klar, machen wir auch. Aber die hat die Fähigkeit schon. Und der Dirk braucht auch noch eine Fähigkeit. Dirk, welche Fähigkeit Videospiele wäre eine Möglichkeit? Da hat er schon zwei. Und da auch Videospiele. Mal schauen, vielleicht machen wir da was anderes noch. Gut. Wie sieht es bei dir aus, Ivan? Der braucht noch zwei Punkte. Ja, aber dem wollten wir ja die Geschicklichkeit geben. Oder aufbauen bei ihm. Ja, die sitzen da schön zu zweit auf der Couch. Der Ivan und die, das ist der Ivan, oder? Ja, der Ivan und die Daria. Das ist auch eine hübsche, die Daria. Gefällt mir gut. Ach, jetzt sind sie alle zusammen. Schaut mal. Da sitzen sie alle gemeinsam auf der Couch. Ist das nicht ein schönes Bild? An der Stelle stoppe ich. Mit diesem schönen Bild beende ich jetzt diesen Part. Unsere Carla ist ausgezogen und hatte Geburtstag. Sie ist zur Einzerschülerin geworden. Damit sind wir jetzt nur noch zu sechst im Haushalt. Ich weiß nicht, ob das funktioniert, aber es könnte jetzt sein, dass die Jamila Zwillinge bekommt. Wir werden mal sehen, ob das geht oder ob sie tatsächlich nur ein Kind bekommt. Liebe Miss Hellfire, vielleicht kannst du ja noch Namen parat halten, falls doch Zwillinge werden. Dann verabschiede ich mich von euch. Bis zur nächsten Woche, bis zum nächsten Sonntag. Bis dahin habe ich die Familie ins Bett gebracht. Und wir sehen uns dann am Samstagmorgen wieder, wenn die aufstehen. Und ich sage Tschüss, bis bald. Ciao. Ciao. Ciao.